Hallo zusammen, ihr alle kennt sicher die Türhänger im Hotel, bitte nicht stören. Die hängt man bei Bedarf, also wenn man seine Ruhe haben möchte, außen an die Zimmertür. Das brachte Frank Steinbrecher, Musikcity Pforzheim, auf eine geniale Idee. Wenn wir Musikanten ungestört die Keyboard Sprechstunde mit Frank, jeden Mittwoch 18.30 Uhr, anschauen wollen, hängen wir einfach diesen Türhänger an die Tür. So weiß unsere Partnerin, unser Partner, pssst, nicht stören, Franks Keyboard Sprechstunde läuft. Und wenn ihr einmal einige meiner Videos in aller Ruhe anschauen wollt, einfach den Türhänger umdrehen. Wie kommt man an diesen Türhänger? Bei jeder Bestellung von Keyboards, Keyboard Zubehör, also von allen Dingen, die irgendetwas mit Keyboards zu tun haben, liegt dieser Türhänger der Lieferung bei. Also schaut einfach einmal auf Franks Webseite www.musikcity.de Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag.